Super schönes Haus in Lichterfelde, unweit Kranonplatz, unweit S-Bahn und Regionalbahn, Wohnung vor der Sanierung, großes Dielen- und Garderobenbereich, erste große Zimmer mit großem Balkon, wie gesagt, Wohnung vor der Sanierung, tolles, riesiges Wohnzimmer mit Ostbalkon, kleine, ruhige Seidenstraße, Blickfensterseitig ins große Wohnzimmer, gehen wir gleich erstmal auf den Balkon. Schöner, großer Balkon, ruhige Seidenstraße, geht auch ein bisschen so, Lichterfelde, Ost, halt sehr grün, Blick von der Balkontür ins große Wohnzimmer, mit Durchgangstür, Wohn- oder Schlafzimmer, sehr groß, Blickfensterseitig, wie gesagt, Wohnung vor der Sanierung und vor Umbau, zwei riesige große Zimmer, Und nochmal zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Wenn wir Glück haben, wird das hier Wohnküchenbereich, große Wohnküche zum Innenhof, Stellplatz möglich. Blickfensterseitig, Zimmer südseitig. Blick zum Innenhof. Das hier schön als große Wohnküche. Das wäre natürlich das Optimale. Und zwei Schlafzimmer. Jetzt haben wir auch zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Und dann hätten wir hier wahrscheinlich das neue Wannenbad mit großen Fenstern. Aber muss die Chefin entscheiden. Und dann beenden wir die Wohnungsbegehung, Besichtigung im großen Zimmer mit Balkon zur Ruhe und Seitenstraße. Und sagen Dankeschön fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss.